Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 261. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ich bin unfassbar erleichtert. Ich kann euch berichten, es gibt keinen Dönerengpass in Husum wegen Corona. Die Frage kam mehrfach bei Twitter. Jetzt, wo das Coronavirus das öffentliche Leben in weiten Teilen des Landes einfach komplett zum Erliegen gebracht hat. Wie schafft Jörn seinen Daily Döner? Ich esse ja nun nicht wirklich jeden Tag einen Döner, obwohl das natürlich immer das Ziel sein muss. Und ich hatte so ein bisschen Sorge. Tatsächlich bin ich am Tag nach der Aufnahme zur Episode 260, war ich abends noch einkaufen. Wir brauchten noch Hundefutter und so ein Kram. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, du musst unbedingt mal checken, was hier mit den Dönerläden ist. Und mein Lieblingsdönerladen, der hatte schon zu. Zwei andere auch. Der eine, da war noch Licht und da waren Leute drin. Aber ich war mir nicht sicher, ob die am nächsten Tag aufmachen würden und ich hatte echt Sorge. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch arbeitsmäßig ein paar Tage, wenn ich so richtig viel Zeit hatte, nicht in die Stadt gekommen bin. Und entsprechend hatte ich da so ein bisschen, so ein bisschen Bammel. Und jetzt habe ich aber doch zur Mitte der Woche, glaube ich, mal Zeit gefunden und habe das nochmal gecheckt. Und ja, es gibt mehrere Läden in Husum, die noch aufhaben. Auch in Heide haben die Dönerläden ganz normal geöffnet. Also keine Döner-Kalypse wegen Corona. Nichtsdestotrotz, das Virus stellt gerade die ganze Welt auf den Kopf. Und ich bin, ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Also arbeitsmäßig ändert sich für mich tatsächlich insofern ein bisschen was, als ich wirklich mehr zu tun habe. Ich hatte in der Woche irgendwie einen Tag, wo ich morgens um halb acht den ersten Anruf bekommen habe aus einer Redaktion, kannst du für uns was machen? Und dann den Rest des Tages, also wirklich bis 16 Uhr, im Bademantel vorm PC gesessen habe, hier im Homeoffice. Weil ich noch nicht mal Zeit hatte zu duschen. Also das ist schon wahnsinnig krass. Ich mache mehr Homeoffice, mache mehr von zu Hause, weil wir bei uns im Büro auch die Arbeit so ein bisschen verändert haben. Wir haben gesagt, wir machen zwei getrennte Teams, die sich im Idealfall nicht begegnen, die auch zeitlich versetzt im Studio arbeiten und dazu auch noch räumlich versetzt. Heißt also, es gibt Leute, die aus Doppelbüros in unterschiedlichen Teams zusammenarbeiten, sitzen jetzt an anderen Schreibtischen, damit es dann eben auch dort keine Möglichkeit zur Ansteckung gibt. Und ja, das ist das eine. Wir haben jetzt, ich bin sehr froh, dass ich diese Tonangel gekauft habe, weil wir irgendwann uns auch gefragt haben, Mensch, was ist eigentlich bei Interviews mit Abständen? Also wir hatten tatsächlich auch den Fall, dass ein Kollege kein Interview bekommen hat, weil er keinen zwei Meter Sicherheitsabstand halten konnte. Da habe ich dann am nächsten Tag meine Tonangel mit ins Büro gebracht. Der Laden hat auch welche bestellt, aber das, wie das ja mal so ist, Ware, die bestellt wird, die braucht einen Moment und ja, da war ich ganz froh, dass ich da schnell Abhilfe schaffen konnte. Kommen wir auch gleich nochmal genauer zu. Ach ja, Corona. Also ich habe jetzt diese Woche tatsächlich gemerkt an mehreren Tagen, ich war glaube ich irgendwie, also ich hatte zwei reguläre Homeoffice Tage, dann war ich einen Tag im Büro und habe dann gesagt, so Leute, ganz ehrlich, das, was ich hier mache, kann ich auch genauso gut von zu Hause. Es gibt tatsächlich nur sehr wenige Einschränkungen dafür, was ich nicht von zu Hause machen kann, zum Beispiel irgendwie auf Archiv zugreifen oder wenn Leute von Außenterminen O-Töne zur Verfügung stellen, dann komme ich da nicht so leicht ran. Da brauche ich, bin ich dann auf deren Hilfe angewiesen, dass die mir die per Mail nach Hause schicken oder sonst wie teilen, aber auf unser Audiosystem komme ich nicht, weil das halt so vital wichtig ist, dass der NDR sagt, nee, das ist, machen wir nicht aus dem Internet zugänglich, selbst über VPN. Finde ich auch schlau. Also es ist letztlich eine Frage von Arbeitsorganisation, die wir machen müssen und so war ich also dann diese Woche, ich habe zwar fünf Tage gearbeitet, war aber nur einen Tag tatsächlich im Büro. Was ich gemerkt habe, war, dass ich tatsächlich irgendwann mal vergessen habe, diesen ganzen Corona-Irrsinn, was das für Auswirkungen hat. Ich hatte den Tag über gearbeitet, im Büro, im Homeoffice gesessen, auch ganz okay zu tun gehabt und noch ein bisschen Freizeit zwischendurch, kam also auch ein wenig zur Hausarbeit, das war ganz schön. Also war tatsächlich auch ein entspannter Tag, weil ich halt nicht anderthalb Stunden Arbeitsweg hin und zurück habe und das war, das war richtig gut und dann musste ich aber doch nochmal zum Laden, weil ich, ich weiß nicht, irgendwas brauchten wir. Ach genau, ich hatte, da ist auch eine Postfiliale drin in dem Supermarkt bei uns an der Ecke und ich wollte Briefe verschicken. Ich gehe da also hin und mir war, also fühlte sich völlig normal an, alles wie immer, keine Apokalypse draußen und dann komme ich an diese Ladentür und da steht dann irgendwie ein Riesenschild, bitte nur einzeln eintreten, kommst du so in diesen Vorraum, bitte Hände desinfizieren, zwei Meter Sicherheitsabstand. Also natürlich alles richtig, ich will jetzt nicht sagen, dass wir da Hysterie machen oder so, aber das war so ein Moment, wo ich ganz kurz gezuckt habe und dachte, ach ja, richtig, da war ja was und das ist halt so ein Ding. Also ich bin halt von Haus aus sowieso schon immer so ein Stubenhocker gewesen, für mich ist das vollkommen okay, den ganzen Tag in meinem Zimmer zu sitzen, auf dem Monitor zu starren, kann ich super und habe ich jetzt irgendwie am Wochenende auch irgendwie einen Tag unabsichtlich gemacht, da habe ich irgendwie 13 Stunden Tropico gespielt. Und mein virtuelles Südsee-Imperium tyrannisiert, habe das gar nicht gemerkt. Auf einmal kommt meine Frau rein und sagt, Alter, das ist irgendwie schon kurz vor drei, willst du nicht mal langsam ins Bett gehen? Und es war also morgens um drei, nicht nachmittags um drei. Also das war interessant und deswegen ist es für mich mit diesem Nicht-Raus-Gehen, Physical-Distancing, das ist für mich gar nicht so ein Riesenproblem. Andere haben das offenbar schwerer. Also ich nehme auch wahr, dass mehr gepodcastet wird, dass mehr gestreamt wird, dass es irgendwie Chatgruppen gibt oder Leute, die sich irgendwie 13 Stunden lang auf dem Mumble-Server zusammenschalten, um einfach miteinander zu reden. Ja, das ist auch schön und toll, aber ich merke bei mir selber, dass ich das Bedürfnis dazu gar nicht immer habe. Also ich sitze hier und habe mein Kram und mache meinen Gedöns und unterhalte mich mit meiner Frau und das reicht mir schon. Ja, ab und zu ein Döner, super. Ja, ich wollte über diese Tonangelfrage noch mit euch sprechen. Ich habe vor einiger Zeit, ich glaube, so zehn Folgen her seien, ach, als ich da auf Helgoland war, das letzte Mal mit den Kegelrobben, hatte ich ja erzählt, dass das der erste richtige Produktivtest für meine Tonangel war, den Road Boom Pole und dass ich damit nicht so richtig zufrieden bin. Und das ist auch weiterhin so, also bei allen Folgetests und an allen Momenten, wo ich mich damit ernsthaft weiter beschäftigt habe, war es immer so, dass die Gewinde nicht das gehalten haben, was sie sollten. Deswegen war ich da sehr unzufrieden, hatte auch relativ früh mal nach Alternativen gefragt und eine Empfehlung bekommen. Dieses Ding habe ich mir jetzt bestellt und ich glaube, dass ich damit das Problem gelöst habe. Also ich habe natürlich vorher irgendwie an mehreren Stellen gefragt. Im Sendegate, da kam tatsächlich ein sehr hilfreicher Tipp, den ich auch umgesetzt habe. Ich habe aber auch eins von unseren Kamerateams gefragt, als Corona noch kein Thema war. Und was die dann im Einsatz haben, das war halt irgendwie, die Firma heißt Ambient, der kostet eine Tonangel, also ein ausziehbarer Karbonstab mit Gewinde, kostet 700 Euro. Kann man machen? Ich halte nicht. Das ist halt immer Preis pro Benutzung. Das ist wichtig. Deswegen war der raus. Ich glaube, ich habe für den Boompole von Rode habe ich irgendwie 100 bezahlt oder 120. Und dieses neue Ding, das ist jetzt von K und M und hat 90 Euro gekostet. Ja, das war also wie gesagt eine Empfehlung aus dem Sendegate. Sven hatte mir da nochmal gut zugeredet, als er das letzte Mal hier war, er hat sich das Ding auch geholt, war zufrieden. Und das Ding ist jetzt da. Ich habe diese Tonangel mal ausgepackt, den Windpuschel draufgeschraubt und mal hier im Büro so ein paar Trockenübungen damit gemacht. Und an den Situationen, wo der Boompole Schwächen zeigt, da zeigt dieses Ding eben der Telescopic Boom dann doch einige Stärken. Und ja, im Augenblick, also ich gehe davon aus, dass es geklappt hat, dass das was Gutes war. Und dann habe ich mir noch was gegönnt. Ein kleines Spielzeug, weil was mich ja auch tierisch genervt hat, war diese ganze Geschichte von wegen Kabel. Und wenn du nämlich deine Tonangel auf zweieinhalb Meter ausgefahren hast und hast dann, dann hältst du das so fest und hast halt dein Aufnahmegerät ja auch noch irgendwie und das ist alles irgendwie total verwirrend. Und dann hängen da ja auch noch mindestens drei Meter Kabel dran. Und deswegen habe ich mir etwas besorgt und habe das gleich mitbestellt, damit ich auch auf ein Mindestbestellwerk komme. Klar, nee, und zwar gibt es etwas, also gibt es so eine Funkstrecke, die man einfach per XLR an das Aufnahmegerät und an das Mikrofon ran stöpselt und dann braucht man kein Kabel mehr. Supergeil. Ich habe den, ich verlinke euch das, wie das heißt. Und der erste Test war so ein bisschen, also ich habe dann dazwischen gehabt noch einen Fethead Verstärker, um ein bisschen mehr Signal auf dem Mikrofon zu haben. Das hat ziemlich gepiepst und dann und ohne hat es halt gerauscht. Und jetzt, ich probiere das mal aus, also gleiches Mikrofon, nur halt am H6 und mit der Funkstrecke. Das ist jetzt im Augenblick so, dass, so klingt das Ding. Keine Ahnung, was davon tatsächlich noch übrig bleibt an Nebengeräuschen, wenn auch Phonik darüber gerechnet hat. Aber ich finde es total spannend, einfach mal wenigstens kein Kabel zu haben, das einen nervt. Das ist supergeil. Ja, so viel zum Thema Spielzeug vielleicht noch. Ansonsten war tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel los. Es war eine völlig normale Woche, abgesehen von diesem ganzen Corona-Irrsinn. Also doch, ja, um da nochmal drauf zurückzukommen. Gestern war ich abends noch kurz beim Einkaufen im Supermarkt. Ich habe das tatsächlich mit diesem, also das ist wirklich das Letzte, was bei mir noch übrig bleibt, an rausgehen. Denn gerade, wir kaufen halt ziemlich regelmäßig frisch ein für den Tag, worauf wir Bock haben. Also so Hamsterkäufe machen wir sowieso nicht, klar. Aber also auch den klassischen Vorratseinkauf, wie ich ihn von meinen Eltern zum Beispiel noch kenne. Die sagen, wir fahren halt eine halbe Stunde zum nächsten Supermarkt. Also fahren wir einmal los am Wochenende und kaufen alles ein, was wir für die Woche brauchen. Das gibt es bei uns nicht. Wir fahren eigentlich täglich, fast täglich zum Einkaufen. Und gestern war ich abends nochmal im Supermarkt. Erstmal fiel mir auf, ein Typ in Warnweste vor der Tür im Supermarkt. Also das ist vor allen Dingen ein Rewe, der durchschnittlich groß ist. Da ist jetzt auch nicht viel Gedränge, aber das, was an Gedränge und wenig Abstand passiert, ist baulich bedingt, weil der halt doch offenbar kleiner ist als das Rewe-Sortiment. Und da kann dann halt, da ist ja dieses Einkaufsradio, was immer mitläuft. Und das ist dann, das war dann so, dass sie wirklich in Abstand von drei Minuten, also im Prinzip nach jedem Lied, das lief, kam automatisiert eine Durchsage. Dieser Markt wird immer offen sein. Wir machen nicht zu. Alle Waren sind immer vorrätig. Aber wenn es Hamsterkäufe gibt, dann kann es halt dazu kommen, dass wir mal Lieferengpässe haben. Deswegen nehmt bitte Rücksicht und kauft nur so viel ein, wie ihr auch wirklich braucht. Und bitte denkt auch an Abstand halten und genug Hände waschen. Das war schräg, ehrlich gesagt. So, das ist mir da noch zu eingefallen. Ich habe noch was Spannendes gefunden bei Twitter. Und zwar gibt es da jemanden, der hat einen Bot gebaut, der Emoji-Tetris spielt. Also, dieser Bot baut aus Emojis ein Tetris-Spielfeld und aus unterschiedlichen Formen, Emoji-Dingsis, baut er eben auch dann die Spielsteine. Und man kann dann mit einer Umfrage abstimmen, soll der nach rechts oder nach links bewegt werden, soll er rotieren oder soll er nach unten. Und dann hast du halt irgendwie 20 Minuten Zeit, deine Stimme abzugeben. Und dann das, was die meisten Stimmen hat, diese Aktion wird dann durchgeführt. Und er erzeugt in einem neuen Tweet ein neues Spielfeld und eben mit dieser Aktion, die dann passiert ist. Das Ganze gibt es auch in der schnellen Version. Da läuft die Umfrage dann nicht 20 Minuten, sondern 10. Und er hat auch ein Snake-Spiel gebaut. Da bin ich aber raus. Also, das ist mir dann zu viel. Also, ich habe jetzt die beiden Versionen von Emoji-Tetra, so nennt er das. Die habe ich am Laufen und finde das total witzig. Wobei ich, also, was ich witzig finde, ist einerseits das zu machen, dass es das gibt, ist total geil. Zum anderen gibt es in ganz vielen Spielsituationen ganz offenbar nur eine Art, wie man das spielen kann. Weil ich ganz selten den Fall habe, dass ich, dass es nicht eine überwältigende Mehrheit, also, so wie ich das wahrnehme zumindest, dass es nicht eine überwältigende Mehrheit für eine Lösung gibt. Das heißt, du hast also, du drückst auf Drehen und dann siehst du halt, dass 90 Prozent der anderen Spieler das auch gedrückt haben. Also, ganz selten, dass es mal Disput gibt. Noch viel seltener, dass ich denke, was, warum stimmt die anderen denn alle so ab? Was ist los mit euch? Das ist krank. Ja, also, guckt da mal rein. Verlinke ich euch auch in den Shownotes. Ich finde es einfach super witzig, was es für verrückte Leute gibt. Dann hat mich gestern noch was erreicht, was ich noch hier spontan schnell einfügen möchte. Und zwar hatten wir beim Camping-Caravan-Podcast in der letzten Folge ja André zu Gast. André Hoog, der früher selbst obdachlos war und bei uns eben von seiner Obdachlosigkeit erzählt hat. Und er sagt, dass die Corona-Krise vor allem Obdachlose ganz stark trifft. Und dass er jetzt also gucken möchte, dass er den Leuten auf der Straße helfen kann, weil die halt das Problem haben, dass sie die einen leben von Spenden, die es nicht mehr gibt, weil kaum noch jemand auf der Straße ist. Und die wenigen, die machen halt noch einen viel größeren Bogen um Obdachlose als ohnehin schon. Und die anderen, die sind halt irgendwie mit Pfandflaschen sammeln, haben sie sich halbwegs durchgeschlagen oder beides. Und auch die Pfandflaschen werden ja weniger im öffentlichen Raum, wenn sich weniger Leute dort bewegen. Das heißt, die haben noch mehr Probleme als ohnehin schon. Und deswegen will er jetzt also wirklich all in gehen und sagt, ich muss den Leuten auf der Straße helfen. Er ist ja in Berlin ganz viel unterwegs, macht da auch sowieso schon ganz viel nebenberuflich und hat sich jetzt entschlossen, also selber gerade erst kurze Zeit aus der Obdachlosigkeit raus, er hat sich jetzt entschlossen, er kündigt seinen Job, den er hat in der Kreditberatung, um Vollzeit auf der Straße sein zu können und den Leuten ganz konkret zu helfen. Er sammelt Spenden übers Netz, über seinen Blog und will damit ganz konkret Leuten helfen, die auf der Straße leben, will denen Medikamente kaufen oder halt wirklich einfach Bargeld geben, um ganz sicher sein zu können, dass die das sich selber kaufen können, was sie halt gerade brauchen. Ich verlinke euch mal den Spendenaufruf auf seinem Blog. Ich finde das erstmal eine wahnsinnig mutige Aktion und vor allen Dingen auch eine wahnsinnig wichtige, weil es nach allem, was ich mitbekomme, gerade so zu sein scheint, dass gerade die Obdachlosenhilfe in den großen Städten ziemlich zum Erliegen gekommen ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie es bei uns aussieht. Hier gibt es die Stadtmission, die Bahnhofsmission und so ein Streetwork-Ding. Ich glaube, dass die noch arbeiten, ich weiß aber nicht wie. Ja, das muss ich mal rausfinden und dann werde ich da vielleicht auch mal schauen, wie ich die vielleicht irgendwie unterstützen kann durch eine Spende oder irgendwas. Jetzt habe ich euch was Schweres empfohlen, jetzt möchte ich euch noch was Leichtes empfehlen und zwar zwei Sachen, nämlich einmal mein aktueller Podcast-Crash von Drama Carbonara. Ich rede ständig immer über die und ich finde die großartig. Das müsst ihr jetzt auch nochmal ertragen und zwar die Episode 22. Das ist so großartig, weil die drei vollkommen durchdrehen darüber, wie scheiße diese Geschichte ist, die sie da vorlesen. Also es geht halt irgendwie um eine Frau. Ihr Mann ist Fernfahrer, sie ist mit den Kindern allein zu Hause, sie kommen nicht so richtig klar finanziell und dann kommt eben ein alter Schulfreund auf einmal aus dem Nichts und macht ihr ein Angebot. Er könne ihr eine Rolle in einem Film verschaffen, dafür müsste sich aber die Brüste vergrößern lassen und stellt sich raus, es ist ein Porno, um den es geht. Und sie ist dann, er legt ihr das Geld aus, weil sie natürlich die Operation nicht bezahlen kann und sie ist dann in so einem Abhängigkeitsverhältnis und die drehen halt völlig durch, was das für eine furchtbare Geschichte ist. Das ist es ja auch wirklich, ohne Frage, also die Geschichten sind ja fiktiv, aber so wie es geschildert wird, ist das halt einfach ganz furchtbar. Aber die sind in ihrer Fassungslosigkeit so unfassbar unterhaltsam, das möchte ich euch doch sehr dringend ans Herz legen. Und dann bin ich ja außerdem darüber hinaus auch noch großer Freund von Dr. Ludwig, ein Podcast-Roman. Zwei Typen schreiben einen Groschen-Roman über den Kardiologen Dr. Ludwig und die Abenteuer, die er erlebt. Und man kann sich also, sie dokumentieren diesen Schreibprozess in einem ziemlich lustigen Podcast, lesen jede Woche oder jede Folge ein Kapitel vor, was sie geschrieben haben. Und man kann dann so als, das Publikum kann dann eben so ein bisschen mitbestimmen, kann sagen, ich bau doch mal in der nächsten Kapitel dies und jenes Wort ein. Oder ich habe so ein paar Ideen, wie die Handlung weitergehen könnte oder, oder, oder. Das finde ich total schick. Und die haben jetzt eine Corona-Spezialfolge rausgebracht, XXL, wo sie Groschen-Roman vorlesen aus den 50ern und 60ern, die einer von den beiden auf dem Dachboden seiner Oma gefunden hat. Also so ein kleines Crossover zu Drama Carbonara, aber halt dann doch wieder völlig anders. Und dann bleiben noch die tausend Fragen an dich selbst. Habe ich euch schon mehrfach erzählt, mache ich immer mal, dass ich aus so einer Liste per Zufallsgenerator Fragen auswähle, die ich irgendwie nicht zu persönlich finde. Und die beantworte ich dann hier, um ein bisschen Zeit zu schinden, damit der Podcast nicht zu kurz wird. Nein, das ist natürlich nicht der Grund. Frage 23 habe ich mir ausgesucht auf über Zufallsgenerator.net. Bist du jemals verliebt gewesen, ohne es zu wollen? Und die Frage fand ich schon so dämlich, weil wann ist man denn absichtlich verliebt oder wann entscheidet man das denn? Also ich finde eigentlich so, verliebt sein, das passiert ja einfach oder es passiert halt nicht. Also insofern, ja, jedes Mal. Aber es scheint sich ja darauf zu beziehen, ob in der Situation Verliebtheit angebracht war. Und das gab es auch schon mehrfach bei mir. Darin sind einige Freundschaften zerbrochen, andere gewachsen. Und mehr ist dazu nicht zu sagen. Frage 591. Was hast du in letzter Zeit gebraucht gekauft? Ehrlich gesagt ziemlich wenig. Unser Auto ist gebraucht. Mindestens eins der Mikrofone in Jörn Schaas war in einem Podcaststudio auch. Und ich hatte auch mal ein Audiointerface, das auch gebraucht gekauft war, das aber dann seinen Dienst nicht mehr tun konnte, weil das, ah genau, das konnte keine 48 Kilohertz, habe ich wahrscheinlich auch hier erzählt. Und der neue Computer an meinem Schreibtisch, an dem ich jetzt gerade aufnehme, der ist auch gebraucht. Den haben wir ein bisschen aufgemotzt oder jemand hat den für mich aufgemotzt. Vielen Dank nochmal dafür. Ich möchte Neukauf insofern vermeiden, als mein altes Notebook, was jetzt zusehends immer, 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 immer langsamer wird. Das möchte ich gerne sozusagen refurbischen, möchte da auch eine SSD reinhaben und vielleicht auch mehr Speicher. Das ist wieder sowas, das ich nicht alleine machen kann. Deswegen muss ich da sagen lassen. Aber das werde ich zumindest den Neukauf vermeiden können. Ja und die letzte für heute, 275, welche eigenen Interessen hast du durchgesetzt? Ja, ich bin privat immer sehr auf der Suche nach Kompromissen und gemeinsamen Entscheidungen. Das ist mir einfach ganz wichtig. Und ich bin dann auch, also viele Sachen sind mir auch einfach nicht so wichtig, dass ich da mich jetzt unbedingt durchsetzen müsste. Ja und dienstlich wege ich halt ab, ob ich einen Auftrag annehmen kann oder nicht. Das hat manchmal mit meinem Interesse an einem Thema zu tun, häufig aber auch mit der Buchungslage und gelegentlich auch mit meinem Standpunkt. Also ein konkretes Beispiel habe ich da jetzt gerade für nicht parat, aber das wären auch interner, weil es da um Dritte ginge und um Gespräche, die wir, die wir geführt haben in Abwägung, ob ich jetzt etwas mache, etwas umsetzen kann oder eben nicht. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Bis das passiert oder bis es eine neue Folge von Jörn Schaas feinem Podcast gibt, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Tschüss, bis bald. Tschüss, bis bald.